Servus, heute gibt es etwas im Test, was ich ja als Stereo-Liebhaber nicht mehr unbedingt testen wollte, aber wenn ich schon so nett gefragt werde, dachte ich mache mal eine Ausnahme und zwar geht es um eine Soundbar, eine mit Subwoofer, eine relativ kompakte, allerdings auch relativ günstige, blende ich euch die aktuellen Preise mal ein und da ich euch die Geräte nicht wirklich von oben zeigen kann, zeige ich euch es einfach mal kurz so, indem ich es mal ins Bild halte, Maße blende ich euch auch noch ein, kann ich euch dann kurz noch verraten, dass hier ein 5 Zoller drin ist, wenn ich das richtig gemessen habe, ist relativ leicht aufzustellen, sollte kein Ding sein, was mir halt bei dem Teil leider nicht gefällt, ist, dass wir zwar 2 Meter langes, was ausreichen sollte, langes Kabel haben, aber leider auch ein festes, also ja, aber bei dem Preis wahrscheinlich eher mit zu rechnen, ganz kurz dann noch ein USB-C Kabel zum anschließen, weil es das auch schon bietet und noch Klinke und dann eben noch letztendlich die Soundbar selber, kriege ich auch gerade so schön ins Bild mit einem zweistelligen Display, was mir nicht ganz so gut gefällt, aber ich komme noch darauf zu sprechen, was ich damit meine, gucken wir uns die Sache jetzt aber doch nochmal von oben an, weil ich euch eine Sache zeigen möchte, die ich wirklich super finde, das ist die Fernbedienung, normalerweise bei einer Soundbar ja absoluter Standard, aber gerade wenn man das Ding vielleicht am PC nutzen will, fand ich es halt sehr, sehr praktisch, weil zum Beispiel auch gerade per USB verbunden dann auch die Bedienung für die Medien über dem PC funktioniert, aber ansonsten liegt sie gut in der Hand, sie hat einen sehr guten Empfang, ist logisch aufgebaut, schön minimalistisch, also da kann man nichts groß falsch machen, gibt es dann eine An- und Ausschalttaste, eben Mute, dann eben für die Kanäle, wobei das nicht ganz so optimal gelöst ist, komme ich gleich noch darauf zu sprechen, lauter, leise, vor, zurück, Play und Pause, Surround, Dialog, Reset für eben die Einstellungen von Bass und Treble und ich würde sagen, wir schalten das Ding am besten gleich mal ein und ich sage euch, was mir an dem Bissfeld nicht gefällt. Es ist nur zweistellig, aber von den Buchstaben her würde dreistellig einfach mehr Sinn ergeben, weil zum Beispiel HDMI ist nur HD, ein bisschen komisch, dann eben USB ist nur UB, optisch OP und AUX eben nur AU, weiter geht es dann eben auch zum Beispiel mit Surround, SR und dann eben groß geschrieben, klein geschrieben, ist dann Dialog komplett irgendwie wieder andersrum und dann eben beim Treble und bei dem Bass, das wirkt halt alles so ein bisschen unelegant mit kleinen und großen Buchstaben, dann auch noch gedreht, hätten drei einfach deutlich mehr Sinn gegeben, aber es tut seinen Job, ihr seht was, wobei mich eine Sache bei der Auswahl eben noch stört, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, zum Beispiel wenn ihr jetzt auf Optisch geht, schöne Sache, aber wollt ihr auf AUX, müsst ihr einmal drücken und jetzt, wenn ihr eben dann auf HDMI oder USB gehen wollt, drückt ihr da drauf, benutzt dann den Eingang, den ihr wollt und wenn ihr zurück wollt, hätte ich eben den letzten Aktiven dort eben aktiv, also in dem Fall AUX, aber nein, ihr müsst jetzt wieder von Optisch auf eben AUX durchschalten, das wird nicht irgendwie gespeichert, das finde ich ein bisschen blöd, aber ansonsten ist das Teil sauber. Es gibt allerdings auch Bedienungsmöglichkeiten, wobei ich die jetzt ein bisschen schwerer anblenden kann, am Gerät selber, einmal hier für das Pairing per Bluetooth, dann eben An- und Ausschalter plus lauter und leiser, wo dann der An- und Ausschalter für das Durchwechseln der Ausgänge dient und da muss ich sagen, haben wir eine schöne Auswahl, denn wenn wir uns das hier mal angucken, wir haben eben schon direkt USB-C, dann eben TV, wie ihr schon sehen könnt, HDMI mit ARC, dann AUX, Optical und der Anschluss für den Subwoofer, das Kabel, wie schon gesagt, vom Subwoofer aus ist in der Länge nicht mehr austauschbar, deshalb gar kein Problem und wenn 1,20 Meter euch jeweils für eben USB-C oder Klinke nicht lang genug ist, könnt ihr die ja austauschen, ist das kein Ding. Was mir hier optisch nicht ganz so gut gefällt ist, ja eben Glossy, ich weiß nicht warum das sein muss, es hätte auch doch Plastik sein können wie hier, weil das würde halt permanent fertig aussehen, auch wenn es mal geputzt hat, dann eben Staub aufnehmen und so weiter, aber okay, verarbeitungstechnisch kann ich mich hier nicht beschweren, wirkt alles solide, wirkt kompakt, ihr könnt es an die Wand hängen oder auch eben direkt aufstellen, ansonsten vorne das Gitter mit dem Display, das habt ihr ja schon gesehen, die Lautstärke lässt sich von 1 bis 35 regeln und den Treble könnt ihr dann hier auch noch einstellen, ihr seht es schon hier, der geht von minus 5 bis eben plus 5 und wenn ihr das mal verstellt habt, einfach resetten und dann ist die Sache gebompt, wobei das eher von den Surround gedacht ist und das ist so eine Sache, zu der ich gleich kommen möchte. Vergesst den normalen Modus, denn ich finde es witzig, dass Soundbars versuchen Surround-Mode herzustellen, wo sie aufgrund der geringen Größe eben schon nicht mal ein echtes Stereo-Bild erschaffen können. Dann würde ich eben in dem Zuge Surround eben den Wide-Modus nennen, weil vergesst den normalen Modus, der klingt so eng und auch vom Klang absolut nicht gut abgestimmt, allerdings dann mit Surround wird das Ganze deutlich offener, klarer, brillanter und eben aber auch breiter und dann können das Problem ist zum Beispiel als Fernseher irgendwie Erweiterung nutzen, gar kein Thema. Der Dialog-Modus, den könnt ihr im Prinzip auch vergessen, weil der macht nahezu keinen Unterschied, also ich hätte erwartet, dass eben Stimmbereiche geboostet werden, aber das ist so dezent und nicht wirklich von vorderlich, deswegen könnt ihr auch das vergessen. Einfach einmal Surround einschalten, vergessen und die Sache einfach so lassen. In Sachen Einstellungen beim Bass und bei den Höhen, im Prinzip müsst ihr da wirklich nichts machen, weil die Abstimmung ab Werk schon wirklich sehr gut gelungen ist. Es ist praktisch so gemacht, dass ihr, wenn ihr es gerade von Näherem nutzt, ihr im Prinzip nichts erhöhen wollt oder eben verringern wollt. Weil mir ist aufgefallen, mache ich eins Bass weniger, klingt es zu dünn, mache ich eins zu viel, ist es schon zu auffällig. Das gleiche auch bei den Höhen, das haben sie wirklich sehr gut abgestimmt. Möchte ich allerdings kurz noch was zur Lautstärke sagen. In einem normalen Wohnzimmer würde ich sagen, so bis 20 Quadratmeter, wenn ihr jetzt keine krank hohen Pegel fahren wollt, sollte das Ding absolut ausreichen. Gerade an meinen Nvidia Shield, die anscheinend kein allzu hohes Ausgangssignal hat, war das schon ein bisschen lauter gestellt, als ich gern hätte. Hat aber immer ausgereicht, als ich es dann hier noch eine Woche als irgendwie Desktop-Lösung am PC genutzt habe, war es mehr als laut. So laut könnte ich ja gar nicht nutzen, gar kein Thema. Sollte das eigentlich die meisten Leute zufriedenstellen. Ihr dürft halt jetzt auch gerade beim Subwoofer aufgrund der Größe und aufgrund dessen, dass es halt nur ein 5-Toll ist, kein extrem tiefen Bass erwarten. Der geht bis 55 Hertz, scheint auch absolut realistisch zu sein. Ist halt auch eben passend zu der Soundbar abgestimmt. Denn was wird es bringen, wenn der extremer spielt oder tiefer spielt, weil er dann von der Präsenz einfach nicht mehr zu dem er passen würde. Das ist eine wirklich schöne Harmonie, weil es ist auch nicht so, dass gerade wenn ihr auf Surround gestellt habt, irgendwie Stimmen aus dem Subwoofer kommen, was recht gerne bei solchen Kombinationen passieren kann. Weil auch der Übergang, weil normalerweise ist es so, wenn ihr so eine Soundbar-Kombination habt mit eben einem Subwoofer, dass eben Höhen bestehen sind, eben aus der Soundbar und an die Prinzip komplett die ganzen Bässe aus dem Subwoofer kommen und dann allerdings keine mit mehr übrig bleiben. Und der Übergang ist ja relativ gut gelöst. Ich habe es gerade im Nicht-Surround-Modus schon eher bemerkt. Und gerade wenn man näher dran ist, aber aus einer größeren Distanz mit dem Surround-Modus gar kein Thema mehr. Wobei ein Thema gibt es noch, darauf muss ich zu sprechen kommen. Das könnte für manche ein Dealbreaker sein. Allerdings ist es auch, das kann ich schon mal jetzt vorab sagen, eins, das behoben werden soll. Ich habe es eben schon bei Creative angefragt, der Fehler ist bekannt. Und zwar ist es auch etwas, was nur den USB-Ausgang eben betrifft. Und zwar ist es einfach auch Eingang, ist es so, dass wenn ihr im Prinzip eine Soundquelle über USB hergibt, ist es ja ein komplett durchgehender Datenstrom. Aber jedes Mal, wenn der halt unterbrochen und weitergeführt wird, entsteht hier eben, wenn ihr zum Beispiel ein Video guckt und da eben durchskippt oder mir ist beim Schnitt eben aufgefallen, wenn ich immer wieder mal das Video pausiere und wieder weiterlaufen lasse, gibt es da so ein P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P. Ist nicht laut, hört man schon, würde ich sagen, ab einem Meter nicht mehr. Aber wenn ihr das Ding eben nah am PC nutzen wollt, aus einem halben Meter Abstand, kann man es schon hören und gerade dieses Poppen halt, jedes Mal, wenn man pausiert und so weiter, ist eine störende Sache. Wenn ihr sowieso nur ein Stück Musik hört, da hört ihr diesen Übergang sowieso nicht. Das ist meistens nur bei Dialogen hörbar. Wenn ihr auch die Wiedergabe komplett pausiert und dann weiterführt oder wenn dann ein kurzer Versatz ist, wenn da direktes Lied weitergeht, merkt ihr davon nichts, wenn ihr es sowieso jetzt weiter wegnutzt, wo ihr dann meistens sowieso jetzt HDMI oder auch optisch nutzt, kriegt ihr davon auch noch nichts mit, aber wie schon gesagt, es soll behoben werden, wann ist noch nicht bekannt. Wenn das der Fall ist, werde ich es euch in den Kommentaren unten anposten, aber so wie es format aussieht, ihr wisst Bescheid. Noch kurz ein Wort zum Thema Grundrauschen, über USB angeschlossen ist es so gering, dass ich es vielleicht bei einem halben Meter so gerade höre, alles drüber ist es schon gar kein Thema mehr. Ist es mit Klinken klein, ist ein bisschen laut, aber auch da aus eben größeren Distanzen gar kein Thema mehr. Da wollte ich noch was zu dem Thema sagen, für was es denn geeignet ist, ob jetzt für Musik oder Filme. Ja, einfach aus Prinzip nicht ganz so gut für Musik als jetzt für Filme und so weiter, eher für TV-Serien und auch sonstige. Ist natürlich jetzt auch nicht für Action-Blockbuster, aber gerade im Bereich Musik ist so ein Ding halt relativ schmal. Und wenn ihr jetzt eher nur moderat laut hört und eben im Surround-Modus, dann wiederum ist das Ganze, würde ich sagen, überzeugend genug. Und deswegen würde ich noch gerne mal zum Klang kommen. Der Bass, wie schon gesagt, spielt nicht extrem tief, aber wirklich halt passend und ausreichend gut für eben eine Erweiterung eben am Fernseher. Wenn ihr jetzt nicht die stärkste Lautsprecher-Kombination dort habt, ist es ein absolut schöner Klang, weil die Stimmen wirklich sehr natürlich klingen. Das ist mir gerade am PC aufgefallen, wo ich ja jahrelang eine JBL Flip nutze, also zwei kleinere Boxen. Und die meisten Soundbars, die ich eben am PC nutze, außer unter Distanz von einem halben Meter, klingen sehr, sehr unnatürlich, sehr, sehr unharmonisch, weil ihr im Prinzip ja komplett die Höhenhalte direkt vorne abkriegt und der Subwoofer dann meistens da, das ist nicht ganz so harmonisch. Aber hier hat es wirklich gut geklappt, weil sie halt wahrscheinlich eben auch nicht zu groß ist, dadurch die Distanz eher passt, war das auch relativ akkurat von den Stimmen. Deswegen sind auch die Mitten absolut gut, also überzeugende Bässe, überzeugende Mitten, Höhen, nicht ansatzweise irgendwie grell oder so. Also auch jetzt nicht zu genial irgendwie, aber auf jeden Fall nicht sanft. Aber eben halt schon, wie gesagt, wenn ihr jetzt da die Höhen erhöhen wollt, dann wird es relativ schnell dünn, wenn ihr die Bässe abändern wollt. Also macht am besten gar nicht allzu viel rum. Je nach Raum kann sich das ein bisschen anders verhalten. Also am PC zum Beispiel näher dran, da ist vielleicht eins Bass weniger schon nicht schlecht und so weiter. Aber durchgehend guter Detailgrad, guter Klang. Natürlich müssen wir jetzt halt im Haus bleiben und einfach betrachten, womit wir es hier zu tun haben. Es ist eine knapp 100 Euro teure Soundbar-Kombination mit dem Subwoofer, mit eben den ganzen Anschlüssen. Da kann der Klang jetzt nicht auf dem, wer weiß wie viele Euro, aber für das Geld muss ich sagen, absolut überzeugend. Und das bringt mich jetzt eigentlich schon zur Zusammenfassung und zum Fazit. Wir bekommen eine absolut solide Verarbeitung. Wir bekommen ein schönes, kompaktes Gerät für einen guten Preis und dafür eben einen wirklich guten Klang bieten. Mit eben einem guten Funktionsumfang in Form von den ganzen Anschlüssen. Mit einer absolut klasse Fernbedienung, die super empfängt, was ich halt sehr, sehr wichtig finde. Und ansonsten habt ihr schon den USB-Duck, was ich eine seltene Sache finde. Das habe ich jetzt so in der Preisklasse mit dem ganzen Set so noch nicht gesehen. Und dann halt nur zu beachten gibt es, dass halt einmal das Kabel am Subwoofer fest ist, wenn da mal was wäre. Wobei, wie oft sollte man es bedienen oder also wegziehen oder irgendwas, dass da was passieren sollte. Und dann halt noch der Fall mit diesem USB-Geploppe, das ja behoben werden soll. Habe ich sonst allerdings keine Einwände, dass ich das Ding nicht empfehlen kann. Weil für das Geld kriegt ihr relativ viel Lautsprecher und eben auch noch einen, der eben, wenn mal das USB-Problem zumindest bei mir behoben ist, auch am PC genutzt werden kann. Weil der Klang aus der Distanz recht gut war. Schön überzeugend, durchgehend rund abgestimmt, klanglich überzeugend. Passt es? Okay, ich hoffe, das hat euch geholfen. Wenn nicht, lasst irgendwelche Fragen in den Kommentaren. Und die Leute, die nach einer Sound-Thema fragen, denen sage ich nur folgendes. Wie viel Sinn macht es, wenn ich das jetzt mit meinem nicht extrem neutralen, weil es kein Mess-Mikrofon ist, eben aufnehme. Wenn ihr das dann über YouTube komprimiert und so weiter hört und dann noch eben per was weiß ich das, was ihr abhört. Das gibt kein reales Bild wieder. Es geht, aber ich kann es nicht. Nicht überzeugend und bevor ich es eben nicht überzeugend mache, mache ich es gar nicht. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.